Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauer auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing. Ja, ihr werdet nicht, wenn ihr es nicht wissen würdet, heute für euch exklusiv das neueste Hauptset Power of the Elements am Start mit neuen Helden und dem verdammten beliebten Split-Thema. Wie immer an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den Verkäufer meines Vertrauens Filunio da draußen, ein riesiges Dankeschön, dass der Artikel auch pünktlich zum Release-Tag da war, ich jedoch im Urlaub. Deswegen etwas verspätet, eine Woche Power of the Elements. Und da gucken wir genau rein nach dem kleinen Intro. Und wie versprochen, da sind wir zurück, dann schauen wir da mal rein. Ja, Power of the Elements. Für Dogmatiker ist einfach nur so bei, die ultimativer schlechter Karte. Wo man was aus dem Extra Deck reinpacken kann. Ein generisches, ein hygienisches Massenvernichtungsement, würde ich gerade sagen. Nein, ein Omni-Nigate, das ist das richtige Wort, ist drin für eine Fallenkarte. Leider ist auch nicht teuer alles. Man sieht auch wieder davon was bekommen. Sonst natürlich die Chance wieder auf eine Starlight. Das ist ja in jedem Hauptset zu sehen oder zu bekommen. Werden wir bestimmt nicht kriegen, sonst hätten wir da die Chance auf den Destroyer Phoenix Enforcer. Sonst, was haben wir noch alles Schönes mit dabei? Eine Auswahl ist jetzt mit dabei, die Charma-Tante. Die brauche ich speziell auch, für mein Motten-Thema. Aber lass uns überraschen, ich bin da ganz unvoreingenommen. Und anfangen tun wir da mit der Eisjahre Schöpfung Aegiro Cassis. Eine Brillanten-Rose, einen Frühlings-Sülphel, der Tauenberge, die sind schon echt putzig. Melfi-Pinny und wir fangen an mit unserer ersten Zauberkarte, der Streu-Fusion für die Edelstein-Ritter-Monster. Super, das packen wir mal wieder zur Seite. Ein Hydralander-Orbit, die entlegensten, tiefsten Tiefen. Der Treidender-Moki-Moki, das habe ich natürlich komplett vergessen. Ich glaube, jetzt kommt richtig fetter Moki-Moki-Support nach und nach. Treidender-Moki-Moki, nice und für glückliche Attraktionen, Nervenkitzelzug. Also wenn da mehr von Moki-Moki rauskommt, wäre da mir ja voll dabei. Meine gesehen zu haben, es gibt schon Moki-Moki-Sendboden. Mal sehen. Sprite-Schmetterer, da die erste Sprite-Karte. Das ist wieder dieser typische Faktor der Asiaten. Da heißt es Splat, weil sie das eher nicht sprechen können. Der Rassismus lässt grüßen. Gefräßiger, wenn Schrecken. Sprite-Gamma-Ausbruch. Lustige Melfis, auch putzig. Und wir haben, uh, siehst du dir ganz klar, das zu sagen. Die erste Ultra mit dabei. Muräne der Trägheit. Schöne Karte, schöne Karte, schöne Karte. Jetzt ist gerade aktuell das Wasserthema von Marco Tsunami. So am Start gewesen mit dem Kairo-Shin und dem Festnusswahl. Verbanne halt, offenes Fisch, Seeschlange oder Akku, wenn du dazu kontrollierst und zieh zwei Karten. Guck dir das Artwork an, das ist natürlich cool. Den Topf der Trägheit als Muräne. Geile Karte. Rika, Prinzessin, Vorhut des Untergrund-Kaisers, Mimese, Elefant und Kato-Hin, der versteckte Perle des Strandes. Das ist auch keine schlechte Karte. Den werden wir jetzt gleich mal eintypen. Die Muräne ist schon eine coole Karte. Die Muräne ist schon eine coole Karte. Die feiere ich. Die ist cool. Erste Ultra kann ich schon mal voll mit leben. Melfi Wallye, eine Überfusion, ein markiert in Zentral Dogmatica, markierte Austreiber und Mathe-Mech. Ach, ich habe mir gedacht, Mathe-Mech 0. Nein, das ist der Mathe-Mech-Kreis. Okay. Den haben sie so genannt im Deutschen. Narbe des Wendschreckens, Terror des Oberholzes, Askan, der zweihörnige Goti und Night-Mail, der dunkle Binder. Die kenne ich noch gerade. Machen wir weiter. Ja, dieses Bleithema, das ist zu durch die Decke geht, ja. Tränenklage Merli, schöne Artworks haben die Mädels ja. Genau wie Exo-Schwester, da ist auch noch Support mit drin. Melfi Pinny, Tränenklage Huffness, Sprite Karotte und wir haben eine erste Hole für die Sprites, den Sprite Strahl. Ich weiß, dass dieses Thema total durch die Decke geht, aber optisch sagen wir gar nichts. Die gehen mir eigentlich voll am Arsch vorbei. Die entlegensten Tiefen-Tiefen Morftromischer Umwandler, Apparatespieler und Gunnkan Stundschiff Schari Rot. Ja, also das Thema ist auch noch nicht. Ich weiß, ihr da draußen werdet mich bestimmt hassen, ihr werdet bestimmt dieses Ball-Thema lieben oder darauf abzielen. Mir reicht ja jede Kopie eigentlich für die Sammlung einmal aus. Spielerisch. Einmal die Süfe, die hatten wir schon. Eine Frühlingssülfe, der blumenreichen Felder, eine brillante Rose, eine Frühlingssülfe für die Blumenknöße und wir haben unsere... Oh, verdammte Axt, da ist ja schon die erste Money-Karte. Sprite Blau, die geht einiges, die geht eigenes. Oha. Oha. Ja, nice. Das ist eine Money-Karte. Das ist eine Money-Karte. Morphthronischer Scanner, Morphthronisches Orphon, Hydralander Orbit und Karthorhin, der versteckte Perle des Strandes. Heil, dann Sprite Blau. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt noch die Spielezauberkarte und dann kann man aussehen. Ziffernstörung, Tränenklage, Sudelkreisch, Frühlingshöfe und Jahreszeitenwechsel, brillante Rose, eine Synchro-Karte, eine Punk-Jam-Drachen-Drive. Die Punk-Temmer kann ich auch nicht anfangen. Die Riga-Prinzessin, Morphthronischer Umwandler und nochmal Nightmare und ein Crawler-Soma. Die Crawler. Ja, aber ein Sprite Blau. Ich weiß es ja nicht. Witzig, witzig, witzig. Frühlingshöfe, der schauenden Berge, Tränenklage, Merli, gefräßiger Wendschrecken, markierte Austreibung und wir haben gleich den nächsten Sprite mit dabei. Riesensprite, 2.2, auch eine richtig gute Karte. Morphthronischer Scanner, Hydralander Orbit, ein Telefon und ein Nervenkitzelzug. Jetzt lassen sie mich hier aber nicht im Stichtum, muss ich hier auch mal sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, egal was die zweite Secret ist, die war schon sehr gut. Melfi, Warly, lustige Melfis, Frühlingshöfe, Sprite Rot, Melfi, Blickduell, oh, ist ja niedlich. Guck dir das an. Hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Melfis ist irgendwie witzig. Apparatespieler, extremes Leben, Crawler-Soma und das Schali Rot, Suchstück. Sprite Schmetterer, Tränenklage Schreiter, Tränenklage Sudelkreisch, Ziffernstörung, En, Neoraum, Aktivieren. Das Artwork gefällt mir. Das Artwork gefällt mir. Grupa, Gundake, Narbe des Ventschreckens, Terror des Oberholzes und Morph-Tronischer Umwander. Sprite Gamma Ausbruch, Frühlingshöfe der Tauenden Berge, markiert in Zentral Dogmatica, Frühlingshöfe und der Jahreszeitenwechsel und, naja, keine teure Secret, aber auf alle Fälle fand ich die cool, die Dracho-Utopische Aura, wenn dein Gegner einen Monstereffekt auf dem Spielfeld aktiviert, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre jene Karte, dann kannst du den folgenden Effekt ausführen. Verbaner ein Monster von deiner Hand und falls du dies tust, beschlore das Monster, das durch diesen Effekt zerstört, auf den Spielfeldseite, aber es verliert seine Effekte. Martin, wie geht? Wie gesagt, das ist keine Money-Karte, aber spielerisch macht nie was her. Ehanok, Wachposten der Goti, Storftornado, Zwillinge, Untergrund, Kaiser, Morph-Tronisches Telefon. Wenn ihr die noch nicht auf dem Schirm habt, besorgt euch die für wenig Geld. Konterfallen-Karte. Geht um Speed. Ja, es bleibt blau und die, ich bin zufrieden. Zwei Ultras können wir noch kriegen, aber mit dem bin ich schon mal vollkommen einverstanden. So, ein gefräßiger Bandschrecken, eine brillante Rose, ein Meterleer, lustige Malfis. Da haben wir Louris, die Dame des Jammers, für unsere finsteren Unterwäldler. Vergnügliche Attraktionen, Nervenkitzel, Zug, unoptronischer Scanner, Perle des Strandes, Gun Drake. Da haben wir einen Querhüter, eine Hapnist, eine Walli, eine Karotte und nochmal eine Streukusion, die hatten wir schon mal. Terror des Oberholzes, Mofthronischer Umwandler, Goti und ein Elefanten. Eine Tränenklare Sudelkreisch, ein Jahreszeitenwechsel von den Frühlingssülfen, markiert in Zentral Dogmatica, Tränenklar geschreitert und wir haben einen Edelsteinritter, aber die sind auch noch nicht tot, da kommt auch immer noch Support. Edelsteinritter Quartz, Propagundrake, Extremes Leben, Doppelstopp, Tornado, Zwillinge und das Telefon. Lustige Melfis, ein Meterlärm, ein Sprite Rot, eine Überfusion und, ich habe gerade gedacht, bei Fusionen, erstmal hier haben wir eine weitere Edelsteinritterdame. Bei den Fusionen gibt es noch eine Ultra, die ich gerne hätte, fällt mir gerade ein, und zwar Narbe des Weltvermächtnisses Umwandler, Goti und den Scanner. Und zwar gibt es ein schönes Superpoly-Zier, für unsere Superpoly-Metalisation. Mal gucken, ob man das auch mal kriegt, das ist auch nicht gerade so günstig. Melfi Pinny, Frühlingshilfe der blumreichen Felder, Eisjade, Frühlingshilfe und die Blumenknospen und wir haben unsere weitere Ultra-Eichser, mein Set hier heute. Die Money-Karte, die Fallenkarte, die ich wollte und die Außer, die ich wollte. Coole Karte, coole Karte, die werde ich dir an Motten nutzen, du kannst diese Karte und dein Erdemonster abwerfen, füge dann ein Erdemonster mit 1850 oder weniger ATK von deinem Deck deiner Hand in Zug, das heißt, du kannst dir damit jedes Teil suchen, was du möchtest. Vorhut des Untergangskaisers, also wirf dein Insekt weg und hol dir ein neues Insekt wieder aus dem Deck, mit wenig Anlaufskraft. Cooles Ding, cooles Ding, cooles Ding. Gibt es hier eigentlich ein Starlight? Muss ich mir ran. Außer, perfekt. So, Ziffernstörung, jetzt noch das Superproduzierung, ich habe alles aus einem Display gezogen. Gefäßiger, Wendschrecken, Sprite, Pixies, Querhüter, Albers, der Aschfahle. Wachposten der Godi, Mimese Elefant, Rekka Prinzessin, Doppelstopp, Tornado, Zillinge. Sprite Karotte, einen Ausbruch, einen Jahreszeitenwechsel, markierte Austreibung und eine Flammenkumpan Ekan. Moki Moki, Quorla Soma, extremes Leben, Hydralander Orbit. Überfusion, Agiroca Seas, der blumenreichen Felder, eine Merli, ein Schiff, Fee des, äh, Goati. Einmachtronisches Telefon, Nervenkitzelzug, Apparatespieler und den Wachposten. Sehr gut. Also, ich wollte die haben, ich wollte die haben, ich wollte die haben, ich wollte die haben. Top. Wenn sie jetzt noch super Polizid, kriegen dann die Regler aus. Das war wirklich alles, was ich wollte. Oh Mann. Manchmal kann man auch mal Glück haben. So, Nerven, Nerven, was ist denn jetzt Nerven? Tränenklage, Schreitat, eine Haffness, ein Meta-Lärm, ein Schmetterer. Oh, super. Für die Frühlingshöfen. Blumenkrone. Wer spielt sowas? Wer spielt sowas? Sagt mir das da draußen. Wer? Wie ist es? Dem sein. Vorhut des Untergrundkreises, die tiefsten, tiefen, 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 tiefen Klage und endlich mal ein Minkmonster. Boxenritterin, Early, Zwei-Effekt-Monster, Cybers. Okidoki. Eine Ultra-Verbrechung. Es wird spannend. Tränenklage Merli, eine Pingi, eine Blumenknospen, eine Ziffernstörung und, ach nee, haben sie nicht. Tränenklage Kit Kalos, Tränenklage-Monster und Aquamonster. Ja, mein, das ist auch nicht blimstig, glaube ich. Goti-Kette, Morph-Tronisches Telefon, Shari-Roth und ein Goti. Schöpfung, Aero-Cassis, ein Ausbruch, Felder, ein Rot, Schreckens-Clown-Grätsche, diese Schreckens-Clown, lange nicht gesehen. Nabe, Qualer, Soma, der kleine Kunde und ein Orbit. Die ganze drei verbleiben noch. Viel kann nicht mehr kommen. So, lustige Melfis, eine Austreibung, eine Überfusion, ein Meterlärm und ein Ventschrecken, ich habe schon gedacht, na, äh, Ritual, muss ja Ventschrecken sein. Tiefsten, tiefen, tiefen, eine Early, Moki Moki und den Zug. Und dann kommen wir zu dem vorletzten. Da haben wir ja Sprite, Karotte, Frühlingssöfe, Merli, Brillante Rose, ein Rika, Kokon, Kokon, nicht Kokon, 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 Kette, Prinzessin, Untergrund Kaiser und den Apparate und letzter Booster der Wahrheit. Ich probiere da mal rein. Und wir haben noch mal den Kumpel und den Kumpel und den Kumpel und den Spinny und ein Punk Jam Extreme Session hatten wir. Äh, noch nicht. Hatten wir noch nicht. Cool. Mimese Elefant, Strandes, Orphot und Ventschrecken. Ja, das wäre es gewesen. Cool. Seht ihr? Rockig. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das Display ist auf alle Fälle raus durch eine verdammte Karte. Ich verstehe nicht, warum dieser Preis so gehypt ist. Aber ja, Donner-Effekt ist bright and blow. Dies in die anderen Form haben wir gar nicht gehabt. Nicht so schlimm. Äh, das wäre es gewesen von meiner Warte aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich alles Gute und macht's gut.